Ich habe in der Saal sehr viel fürs Leben gelernt. Ich habe in der Saal zu viele neue Kollegen gefunden und habe auch während dem Unterricht gerne die Zeugen angeschaut. Ich schätze also die Freundlichkeit zwischen den Schülern. Ich schätze, wie die Lehrer mit den Schülern umgegangen sind und unsere Beziehung war sehr toll.